Im nächsten Schritt schauen wir uns das Erzeugen von Reaktionsdarstellungen beziehungsweise Mechanismen an. Am Beispiel des Crack-Vorgangs kann man schön die schnelle Darstellung von langkettigen Alkanen zeigen. Hier gehen wir wieder über die untere Taskleiste auf das Kettensymbol und können eine beliebig lange Alkankette erzeugen. Diese kann in der Darstellungsform bleiben oder sicherlich sinnvoller in der Sec 1 und bei Darstellung von Mechanismen in die Skelettschreibweise abgeändert werden. Hierzu können wir wieder über die Elementleiste links das Kohlenstoffatom einfügen und das Alkan mit Klick auf die Einfachbindung und wiederholtes Einfügen der Wasserstoffatome erzeugen. Durch die Auswahl des gesamten Moleküls kann dieses ebenfalls gedreht werden. Einzelne Bindungen, die durch das Cracken homolytisch gespalten werden, können farbig dargestellt werden. Über das Reaktionspfeil-Icon unten wird auf den nächsten Schritt hingewiesen. Möchten wir nun aus dem Ethan ein Ethylradikal erzeugen, ist es wichtig, dass wir zunächst über das Ladungssymbol unten das Radikal auswählen und dieses mit einem Klick auf das Kohlenstoffatom an dieses setzen. Nun gibt das Programm über den roten Rahmen eine Fehlermeldung bezüglich der Bindung an. Über den Radierer oben in der Leiste können wir nun sowohl das Wasserstoffatom als auch die Einfachbindung löschen, sodass nur noch das Radikal übrig bleibt. Durch Markierungen des Kohlenstoffatoms können das Radikal und das Kohlenstoffatom selbst eingefärbt werden. Ein weiteres wichtiges Feld zur Nutzung des Editors ist die Erstellung von Reaktionsmechanismen. Wir können wieder sehr schnell ein Alken erzeugen und die Doppelbindung einfärben. Wählen wir nun über das Periodensystem links das Element Brom aus und tippen auf die Arbeitsfläche, erhalten wir Bromwasserstoff. Auch hier kann man durch Einfügen der Einfachbindung und des Wasserstoffatoms ein Molekül in der Lewis-Schreibweise darstellen. Die freien Elektronenpaare des Broms können nun über das Ladungssymbol hinzugefügt werden. Durch das Einfügen der Mechanismenpfeile und farbliche Änderung dieser wird den Schülerinnen und Schülern deutlich gemacht, welche Vorgänge genau stattfinden. Bei Mechanismen ist die Copy- und Paste-Funktion sehr sinnvoll, da man sich hier sehr viel Zeit bei der Erstellung sparen kann. Um das Carbenium-Ion darstellen zu können, müssen wie auch bei den Radikalen zunächst alle Bindungen sichtbar gemacht werden und die positive Ladung an das Kohlenstoffatom gesetzt werden. Durch die Auswahl einzelner Atome können die Anordnungen der Bindungen geändert werden, sodass die positive Ladung am Kohlenstoff besser erkennbar ist. Für die Erstellung des Bromid-Ions können auch wieder freie Elektronenpaare genutzt werden und eine negative Ladung eingefügt werden. Über die Löschung des Wasserstoffs mithilfe des Radierers verschwindet dieses und der weitere Schritt kann dargestellt werden. Wir wählen jetzt einen Mechanismus-Pfeil aus, setzen den in unseren Mechanismus rein, können diesen noch einfärben und wählen über das Periodensystem links unten Brom aus, welches wir nun an das Kohlenstoff addieren können.